Im Rahmen seines Konzeptes für erhöhte Sicherheit bietet Sumitzberger eine Reihe von maßgeschneiderten Lösungen. Als einzigartiges, vollautomatisches Cache-Handling-System garantiert die Safeline-Anlage maximale Sicherheit. Bereits zur Hauptkasse gesendetes Bargeld wird dabei direkt in den Safe befördert und dank vollautomatischer Entladung direkt in den Tresor eingebracht. Im Unterschied zu anderen Lösungskonzepten wird das Bargeld ohne der Versandhülse im Safe deponiert. Somit wird mehr Platz im Safe gewonnen und das Handling der Versandhülsen sowie der Rücktransport der Versandhülsen von der Bank oder dem Sicherheitsunternehmen entfallen. Die so entleerte Hülse verlässt das System nicht, sondern kehrt sofort wieder zur Hauptkasse zurück und ist für die nächste Sendung verfügbar. Um die Bargeldaufbereitung wesentlich einfacher, plattsparender und sicherer zu gestalten, setzten heute viele Betriebe auf das Safe-Line-System. Untertitelung des ZDF für funk, 2017